1983 übertrug Franz Josef die Staatsgeschäfte an seinen Sohn, Fürst Hans Adam II. Seit der Übernahme der Regentschaft durch die Fürsten von Lichtenstein ist deren Familienwappen gleichzeitig das Staatswappen. Es ziert den Giebel des Regierungsgebäudes in Vaduz. Dieses ist nicht nur Sitz der fünfköpfigen Regierung, hier tagen auch die 25 Abgeordneten des Landtages.